An alle Schiffsfunkstellen, hier ist das Containerschiff Konstanz. Der Simulator wird genutzt für die Erstausbildung, also alle Schiffsjungen und Schiffsmädchen, die zu uns kommen im zweiten und dritten Lehrjahr, werden diesen Simulator nutzen zum Training. Darüber hinaus nutzt ihn der Arbeitgeberverband und bietet dort Fortbildungen für Rädereien, für Partikuliere an, um Qualitätsmanagement oder auch Prüfungsvorbereitungen in Richtung Radarpatente etc. anzubieten. Natürlich, ein Simulator ist ein Computer, es ist nie eine hundertprozentige Abbildung der Realität. Dennoch ist die Abbildung inzwischen sehr gut, sagen uns zumindest die Schiffsführer, die hier eben zum Prüf, also zu Kursen kommen. Und zuletzt waren die Lotsen aus Basel hier, die ihre Strecke getestet haben und gesagt haben, dass diese Simulation sehr perfekt ist und man tatsächlich ein echtes Qualitäts- und Notfallmanagement und Prüfungstraining eigentlich hier dran machen könnte.